Du musst moderieren. Ja, ja, ich muss vorher super gut aussehen. Ey, ich hab Afro einfach. Du siehst ganz anders aus, als bevor du das gemacht hast. Alles anders. Jetzt hör doch mal auf, mich hier unsicher zu machen. Jetzt bin ich unsicher, siehste. Aber ich hab nur diese blöde schwarze Spiegelung. Dass du immer noch an deine Haare denkst, nach so vielen Jahren, wo du doch schon eh alles zum Thema Haaren gehört hast. Ja, es stimmt. Und du hast dich halt für die Kappe entschieden. Exakt. Siehste, der Schröcker ist schon wieder entkapisiert. Ja, auch weil er einen Lob gekriegt hat, wie er aussieht ohne Kappe. Er sieht ja auch fesch aus. Du, glaubst du, das Lob hab ich zum ersten Mal gekriegt ohne Kappe? Wir laufen schon, oder? Glaubst du, das war wirklich das erste Mal, dass jemand gesagt hat, es sieht gut aus? Lassen wir einfach alles so. Herzlich willkommen. Dass ich es gelesen hab. Ja, dass du es gelesen hast. Jetzt sei doch mal ruhig, lass ich noch mal jetzt was sagen hier. Wer nimmt es doch schon auch? Das nehmen wir alles mit. Da kannst du aber von ausgehen. Herzlich willkommen zu, das ist der Spannendste an dem ganzen Ding, zu Jan Tenner und Erwachsenen Männern. Wir hören Folge 5 und wir haben wenig Zeit jetzt heute hier im Studio. Ich bin ein bisschen zu spät gekommen heute. Ein bisschen. Eine Stunde, okay. Und deswegen müssen wir uns jetzt beilen, dürfen nicht so viel labern, denn wir haben ja hier noch mehr zu produzieren. Viel Spaß mit Gefährliche Insel. Jan Tenner schon auf dem Cover. Sieht man schon. Jan Tenner wieder mal nackt. Welcher Teil? Das ist Folge 5. Um es kurz zu rekapitulieren, die Folge 1 haben wir ja alle gehört, die war ziemlich geil. Die zweite war ein bisschen langweilig, tödlicher Nebel. Die dritte war hier Gefahr aus dem All, die war auch nur so okay. Landung der Giganten war Nummer 4, die war auch nur so okay. Ich hoffe, dass du jetzt mal wieder eine Folge kommst. Aber hey. Ziemlich gut. Die sind beide nackt. Ist auf jeden Fall ein Grund, immer weiterzuhören. Da ist bestimmt Unsichtbarkeitsserum im Spiel. Wir haben es schon. Natürlich ist wie immer Unsichtbarkeitsserum, da muss man sich ausziehen. Und es ist Laura hier, die Neue. Die Neue. Die Alte ist im Eis, wegen einer unheilbaren Krankheit. Und sie ist schon direkt anders, als das Mädel aus Folge 1, die du kennst. Aber Laura ist doch schon indirekt in der zweiten Folge irgendwie dann aufgetaucht, oder? Nee, die dritte war es, glaube ich. Oder was, die vierte? Sie wird irgendwann, es war eine der vorletzten Folgen, war sie eingefroren, also die alte Freundin von Jan Tenner, die immer so nervig war, so nett. Und die ist halt schon Konter. Und die gibt jetzt auch mal Konter. Wie lange dauert eigentlich so eine Folge? 40 Minuten ungefähr. Also, wenn man die Musik wegnimmt, wären es, glaube ich, 30. Und sag mal jetzt noch kurz eine Frage. War Professor Zweistein schon da? Planet der Puppen, von dem du erzählt hast, den du hast, ist übrigens Folge 28. Zweistein und so ist immer dabei. Achso, nee, du meinst... In den bisherigen Folgen. Äh, nee, 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 natürlich. Also, die Bösen, die großen Bösen sind noch nicht enthüllt. Super. Wir sind jetzt in der Phase, wo sie noch keine Ahnung hatten. Ede pennt schon. Ich habe ihm auch erlaubt, er darf auch pennen, weil das, finde ich, ist okay. Es gehört zu Jan Tenner, dass man auch mal einpennt und später die Folge noch mal... Ich habe Hörspiel immer zum Einschlafen gehört. Das triggert automatisch den Schlafprozess. Ist völlig okay. Okay, aber ich habe auch einen Burger zum Mittag gegessen, so genau wie du. Ihr könnt übrigens gerne... Ich habe ein kleines Kind zu Hause. Nutzen wir an der Stelle mal... Ja, ihr habt wirklich beide Kinder und so. Danke, dass ihr die Zeit habt. Ihr könnt die Folgen ja dann mitnehmen. Jetzt macht doch einfach mal auf Plane. Ich wollte noch eines sagen. Wenn ihr... Wir dürfen ruhig mal ein bisschen Massenmedia nutzen haben hier. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, dieses Jan Tenner, das machen die von den Rocket Beans aber total geil, dann haut doch mal die Leute von Jan Tenner an und sagt denen, die sollen uns Geld geben, dass wir neue Folgen produzieren können. Als ob sie noch... Die gibt es doch gar nicht mehr. Doch, vor einer Weile gab es die noch. Die haben nämlich Folge 48 versucht zu produzieren. Hier, nee, 46 war es. Mimo der Rächer. Die kam irgendwann. Egal. Die haben es also irgendwann wieder gemacht. Vielleicht gibt es die noch. www.jantenner.de So. So. Genug gearbeitet. Jetzt haben wir doch wieder geschwafelt. Von wann sind denn die Kassetten, wenn es da schon Internet gab? Das ist die Neuauflage. Also die alten Cover, aber die neuen, ein bisschen Neuauflage. Und Internet gibt es ja dann jetzt auch schon eine Weile. Jetzt hast du das alles voll unschön gemacht. Das möchte doch immer lesbar sein. Das ist nicht laut genug. Ich, dass es rückkoppelt. Wie bitte? Ich, dass es rückkoppelt. Ist es zu laut? Okay, sagt man. Futura ist der erfolgreichste Wissenschaftler von Westland. Klar. Ihm sind in den letzten Jahren eine Reihe von bahnbrechenden Erfindungen gelungen, die ihn auf der ganzen Erde bekannt gemacht haben. Zurzeit arbeitet er mit seiner Assistentin Laura auf dem Gebiet der Körperumwandlung, wobei er ein von ihm entwickeltes Serum einsetzt. Von diesem Serum lassen sich mühelos zahlreiche Nebenformen schaffen, mit denen man verblüffende Wirkungen erreichen kann. Sehr konkret. Jan Tenner, ein junger sportlicher Student, arbeitet eng mit Professor Futura zusammen. Aus wissenschaftlichem Interesse stellt er sich häufig für dessen Experimente zur Verfügung. Ungewöhnlichen Mut und Tatkraft zeigt Tenner vor allem dann, wenn es notwendig wird, Versuche unter Gefahren durchzuführen, die schon häufig Westland bedrohten. Und auch jetzt taucht unversehens ein Feind auf, dessen Abwehr ungewöhnliche Mittel erfordert. Ey, das ist wirklich immer der gleiche Text, oder? Ja, der wird ein bisschen variiert später. Also es gab schon mal Variationen. In Folge 1 ist es ein bisschen anders als hier. Aber im Grunde ja, es ist fast derselbe Text, gehört sich auch so. Das Atom-U-Boot UNC-337 operiert 80 Kilometer vor der Küste von Westland. Es hat den Auftrag, die gesamte Ostküste in Tauchfahrt nach Spionageautomaten abzusuchen. Entschuldigung, ich muss so kurz, da gibt es auch alles in Westland. Die haben direkt ein Meer in der Nähe, wo ein U-Boot parken kann. Die haben die Canyons, die haben die Wüste, die haben aber auch irgendwie Tennisplätze und den ganzen Kram. Da gibt es alles. Aber Westland ist doch ein Kontinent, oder nicht? Ja, aber ist nicht, Moment, ach Greville, ich verwechsel das jedes Mal wieder. Ist Greville jetzt die Stadt und Westland das Land? Ich glaube, Westland ist das Land. Aber wie groß ist denn Westland? Jedes Mal, wenn Sie von Westland reden, habe ich das Gefühl, das ist so groß wie halt... Amerika. Ne, ich habe eher das Gefühl, so groß wie Hamburg. Westland. Was gibt es denn da? Da gibt es diese Canyons und die Stadt. Jetzt wissen wir, dass es noch ein Meer gibt. Und mehr ist da nicht. Doch, Meer ist da. Ja, was denn jetzt? Ja, gut, ich wollte es nur mal sagen. Ich glaube, ich würde gerne mal eine Karte sehen. Er redet doch da von der Ostenküste oder an der Küste entlang zu eiern. Okay, gut, egal. Aber ich glaube, die Größenverhältnisse stimmen nicht ganz. Also wir werden noch drauf kommen. Halte fest, wir haben Streit nach dem ersten Satz. Eigentlich wollte ich nur eine Diskussion anfangen. Das Boot reagiert nicht, Sir. Lassen Sie mich mal sehen. Stimmt, das funktioniert nicht. Tatsächlich. Irgendetwas wirkt auf das Boot ein. Ein fremdes Objekt nähert sich uns. Es kommt von der Insel, Sir. Entfernung. 120 Meter, Sir. 100. 80. Es hält direkt auf uns zu, Sir. 60. Es rammt uns, wenn wir nicht ausweichen. 40. Absinken lassen. 20. Fluten Sie die Kammern. Kammern fluten. Eppes. Keine Reaktion, Sir. Was ist denn los? Nichts funktioniert mehr. Das Boot ist manövrierunfähig, Sir. Es reagiert nicht. 20 Meter. Das Objekt verharrt auf der Stelle. Geben Sie Alarm. Alarm! Das Ding nimmt uns auf den Haken. Es schleppt uns ab. Geben Sie eine Funk-Nachricht ans Hauptquartier ab. Sofort. Hier ist alles totschart. Die Funkgeräte funktionieren nicht mehr. James Bond. Moonraker, gell? So etwas hätte ich für unmöglich gehalten. Wir können nichts tun. Legen Sie Waffen an. Klauen Sie Moonraker nicht auf dem Schiff? Und da wird die Rakete geschluckt. Die Rakete klauen Sie. Mein Satellit. Willst du was sagen oder willst du nur beten? Nee, nee. Betest du für die Antenne, dass alles gut ausgeht? Du meinst hier, wo die Raketspitze? Gefressen, ja, ja, genau. Schau mal her, was ich beim Netzeinholen gefunden habe. Was denn? Hier. Einen Ring. Einen Brillantring. Wie ist das möglich? So etwas fängt sich doch nicht im Netz. Ein Fisch hatte ihn im Magen, oder? Nein, er war in einer Flasche. Ich habe eine Flaschenpost gefunden. Eine Flaschenpost? Und was war noch drin, außer dem Ring? Oh, ein paar Zettel mit einigen Notizen. Zahlen, mit denen niemand etwas anfangen kann. Total, unwichtig. Ich habe es dir unterlegen gelassen. Für uns ist der Ring wichtig. Genau, Location. Ein Hilferruf. Vielleicht ist jemand in Seenoten. Es war egal, er war ein Diamant weg. Heutzutage hat doch jeder Funk an Bord. Ja, da hast du recht. Ja. Aber was machen wir mit dem Ring? Wo geben wir ihn ab? Du willst ihn abgeben? Nein, sieh ihn dir an. Er ist wertvoll. Ich weiß nicht, wie viel man für so einen Ring bekommt. Sicher aber so viel, dass wir uns einen neuen Fischkutter kaufen können. So viel? Obwohl er ganz platt gedrückt ist? Ach, das hat doch nichts zu sagen. Das ist doch nur, damit man ihn in die Flasche stecken konnte. Ich gehe zu einem Juwelier in der Stadt. Warum sollten wir nicht auch mal Glück haben? Was ist ein Wichse? Und das will ein Seemann sein. Nein, der muss auch überleben. Was im Wasser ist, gehört allen. Das U-Boot ja auch, hast du gemerkt. Was ich für Sie tun? Ich habe hier einen Ring, ein Erbstück. Ich möchte es verkaufen. Darf ich mal sehen? Bitte. Ein Erbstück, sagen Sie? Ja, ein Erbstück. Und was möchten Sie dafür haben? Sagen Sie mir einen Preis. Sicherlich wissen Sie, was er gekostet hat. Sie haben doch einen Einkaufsschein. Nein, ist ein Erbstück. Schon sehr alt. Alt? Dieser Brillantring ist recht modern gearbeitet. Also, wollen Sie ihn nun kaufen oder nicht? Der Ring kommt mir bekannt vor. Na klar. Mir ist, als hätte ich ihn schon mal gesehen. Ach, das glaube ich kaum. Warten Sie einen Moment. Ich möchte ihn mir unter der Lupe ansehen. Nein, nein, nun bleiben Sie mal. Der Ring ist beschädigt. Wenn ich einen angemessenen Preis nennen soll, dann muss ich ihn mir genau ansehen. Ein Erbstück, sagen Sie? Ja, doch. Ich bin gleich wieder da. Es dauert keine Minute. Der klaut ihm den Ring. Ja, Moment. Geht's um einen anderen Ring, Herr Käufer. Ich habe diesen Ring, das ist ein Erbstück. Das ist ein Erbstück. Das kann nicht sein. Der Ring sieht sehr neu aus. Als der Juwelier einige Minuten später in den Verkaufsraum zurückkehrt, ist der Fischer verschwunden. Das überrascht den Edelsteinhändler keineswegs. Er hat mit einer derartigen Reaktion gerechnet, weil der Fischer ein wenig zu nervös war und der Ring sehr neu aussieht. So verständigt er umgehend die Polizei. Und nun beginnt eine Reihe von Telefonaten, die schließlich bei General Vorbild endet. Dieser wiederum setzt sich nach einigen Überlegungen mit Professor Futura in Verbindung. Der Professor, seine Assistentin Laura und Jan Tenner arbeiten zurzeit in der Schwimmhalle des Nautik-Clubs von Westland, um die Reihe ihrer neuesten wissenschaftlichen Forschungen fortzusetzen. Des Nautik-Clubs von Westland. Und du hast noch irgendwelche Zweifel, dass das Ding riesengroß ist? Weil die ein Clubhaus haben, oder was? Nautik-Club-Westland. Das überzeugt mich jetzt auch nicht. Aber guck mal, du sagst, Westland wäre ein Kontinent. Das wird ja nie gesagt. Für mich ist das irgendwie in der Wüste einfach ein kleines Land wie Nevada. Also Nevada ist nicht klein. Aber du weißt vielleicht, ich meine, irgendwie... Oder wie Texas... Also schon ein Bundesstaat. Ja, ich glaube, die haben sie nie so weit gedacht. Die haben halt gesagt, Westland, das ist das Land. Und jetzt brauchen wir noch eine Stadt. Das ist Gravel. Vielleicht ist der Begriff aus dem Englischen, wo er... Westland. Westland heißt. Was übersetzt ja... Der Westland. Eigentlich Amerika. Also du hast es schon recht. Go West, Amerika. Westland, Amerika. Ich glaube aber auch, dass das so ein Synonym ist für ein futuristisches Amerika oder sowas. Gerne. Ich finde es ja nur bizarr, dass sie auf der einen Seite, soll es groß und episch sein und jede Bedrohung für Greyville und Westland ist automatisch eine Bedrohung für die Welt. Aber dann gibt es da halt nur einen Tennisclub, diesen General-Forbit-Militär-Laden... Und es gibt Nautic-Club. Nautic-Club und das ist so ein bisschen wenig. Also ich meine, allein, dass die immer in einer halben Stunde überall hinkommen in diesem Westland. Aber die werden ja nicht in einer Folge komplett SimCity spielen, sondern werden ja nur immer das erklären, worum es wichtig ist, oder? Lass uns mal gucken jetzt. Sie sind in der Nähe am Wasser. Darum geht es wohl. Wie lange Sie brauchen, bis Sie am Wasser sind. Wie ist das Blutbild dieses Mal, Laura? Gut, Professor Futura. Ohne Veränderung, seit das Wasser im Schwimmbecken nicht mehr geklort wird. Das Serum bewirkt offenbar nicht nur, dass große Mengen Sauerstoff über die Haut aufgenommen werden, sondern es zieht Chlor an. Richtig, ja. Nicht aber andere Stoffe. Wir können bedenkenlos im Salzwasser, also im offenen Meer, arbeiten. Oh, da kommt General Vorbett. Wenn der sich hier sehen lässt, ist bestimmt Schluss mit der wissenschaftlichen Arbeit. Das ist die Eifel der Ware. Guten Morgen, General. Was führt Sie zu uns? Guten Morgen, Professor. Laura. Morgen Jan. Ach, ich sehe Sie arbeiten. Ja, wir sind bei einer wissenschaftlichen Versuchsreihe. Darf ich fragen, worum es geht? Das ist schnell erklärt, General. Wie Sie wissen, atmet der Mensch nicht nur durch die Lungen, sondern vor allem auch mit Hilfe der Haut. Guckt, er lernt es noch mal. Wenn ich mich rechne, dass er immer was mal gelernt habe, dann ist die Hautatmung wenigstens gleichberechtigt mit der Lungenatmung. Wenn der Mensch keinen Sauerstoff mehr mit der Haut aufnehmen kann, erstickt er. Ah ja. Und woran arbeiten Sie? Wir haben uns gesagt, wenn die Hautatmung so bedeutend ist, dann müsste es eigentlich auch möglich sein, sie auszudehnen. Wir haben nun ein Serum entwickelt, mit dessen Hilfe die Aufnahmefähigkeit der Haut für Sauerstoff um ein Vielfaches gesteigert wird. Die Seren sind super. Die Haut wird befähigt, den Sauerstoff auch direkt aus dem Wasser aufzunehmen. Direkt aus dem Wasser? Das würde bedeuten, dass ein Mensch ohne Sauerstoffgerät für längere Zeit unter Wasser bleiben kann. Stundenlang. Vorbitt. Das ist ja äußerst interessant. Das ist ein Brainiac. Sie überlegen schon wieder, wie man die wissenschaftliche Arbeit des Professors für militärische Zwecke missbrauchen kann. Ich arbeite ausschließlich für die Sicherheit dieses Landes und seiner Menschen, Jan. Würden Sie das bitte zur Kenntnis nehmen? Das ist keineswegs nur Spielerei. Das betonen Sie so, als sei etwas geschehen, was unsere Sicherheit beeinträchtigt? Das weiß ich noch nicht. Wir haben einen Ring gefunden. Vor etwa fünf Wochen ist ein Atom-U-Boot verschwunden, ohne dass wir ein Seenotrufzeichen erhalten hätten. Also spurlos verschwunden? Ja. Ist so etwas überhaupt möglich? Durchaus. Wir haben das in Frage kommende Seegebiet abgesucht, ohne den geringsten Hinweis auf das U-Boot zu finden. Aber jetzt ist etwas aufgetaucht, was Ihnen weiterhelfen könnte. Allerdings. Dieser Brillantring hier. Ein plattgedrückter Ring? Auf der Innenseite ist der Name des U-Boot-Kommandanten eingraviert. Paul Gardermann. Ein Mann, vermutlich ein Fischer, hat den Ring einem Juwelier zum Kauf angeboten. Wie kommen Sie darauf, dass dieser Mann Fischer war? Der Juwelier hat etwas von Fischgeruch gesagt. Er könnte also Fischverkäufer am Hafen oder Fischer sein. Ja, aber warum ist der Ring... Oder Fisch gegessen haben, aber... Weil er sonst möglicherweise nicht in die Flasche gepasst hätte, die der Fischer gefunden hat. Ist so klug. Donnerwetter, Laura. Sie haben recht. Donnerwetter. Sogar... Ich meine, Halle, das ist der fucking militärische Führer des ganzen Landes. Und dieser eine Fischer hat sofort gecheckt, warum der plattgedrückt wird. Aber er braucht ja Antenne dafür. Oder Laura. Vor allen Dingen sagt er Donnerwetter. Das ist auch nicht mehr in unserem Sprachgebrauch. Donnerwetter. Viel zu selten, als Simon vorher nicht da war, hat keiner gesagt. Donnerwetter, es ist aber schon Viertel nach zwei. Ja. Hat keiner gesagt. Bauen wir wieder ein jetzt. Donnerwetter. Das und etwas ist Knorke, muss auch wieder kommen. Und Sapperlot. Sapperlot. Ja, und Mumpitz. Mumpitz. Das ist doch alles Mumpitz. Mumpitz ist auch ein schönes Wort. Da machst du schön jemanden ins Gesicht spucken dabei, wenn man das sagt. Mumpitz. Kocoloris. Kocoloris auch sehr schön. Flitzpieper. Aber, sag mal, Entschuldigung. Es ist ein, was? Diamantring. Brillantring. Brillantring. Ja. Ein U-Boot-Captain mit Brillantring. Das wird erklärt. Also, nicht gut erklärt, aber es wird erklärt. Abwarten. Abwarten, ja. Vielleicht war es ja eine Frau, ein weiblicher U-Boot-Kommandant. Auch das ist... Paul. Was ist das jetzt? Der weibliche U-Boot-Kommandant. ...wesen sein. Zusammen mit weiteren Hinweisen. Wir müssen diesen Fischer finden. Lassen Sie eine Phantomzeichnung anfertigen, General. Hä? Haben wir jetzt gerade irgendwas? Zusammen mit weiteren Hinweisen. Entschuldigung. Ich muss was... Hab ich jetzt... Donnerwetter, Laura. Sie haben recht. Der Ring muss in einer Flasche gewesen sein. Zusammen mit weiteren Hinweisen. Wir müssen diesen Fischer finden. Lassen Sie eine Phantomzeichnung anfertigen, General. Und dann kämmen wir den Hafen durch. Gute Idee, Jan. Gehen wir gleich ans Werk. Obwohl der Kreis der in Frage kommenden Personen recht klein ist, fahnden die Beamten General Forbitz, Jan Tenner und Laura, die schöne Assistentin von Professor Futura, drei Tage lang nach dem Fischer, bis sich endlich ein Erfolg abzeichnet. Das ist die schöne Assistentin. Die alle sind preiswert, Holpke. Entschuldigen Sie. Das ist die zweite schöne Assistentin. Entschuldigung. Die erste war ja schön. Klar. Zeigen Sie mal. Zeigen Sie mal das Bild her. Wer soll das sein? Ein Fischer vielleicht. Oder jemand, der hier eine Fischbude hat. Ein Fischer? Ja, warten Sie mal. Ja, das könnte der Tim sein. Sehr ähnlich ist die Zeichnung nicht, aber immerhin. Und wo finden wir diesen Tim? Dort drüben. Das Haus direkt am Wasser. Tim arbeitet an seinem Kutter, seiner alten Liebe. Danke. Nicht zu danken. Tischlande! Kauft Fischen Fisch, kauft alle! Endlich. Ich dachte schon, wir finden ihn nie. Noch haben wir ihn nicht. Ich glaube, er ist es wirklich. Zieh ihn dir doch an. Na ja, könnte sein. Hallo? Sind Sie Tim? Tim? Ja, man nennt mich Tim. Wir haben ein paar Fragen. Ja, dann raus damit. Sind Sie der Mann, der vor drei Tagen beim Juwelier Banninger war, um einen Ring zu verkaufen? Diesen Ring hier? Den Ring? Hab ich nie gesehen. Wollen Sie wirklich, dass die Polizei Sie dem Juwelier gegenüberstellt? Das könnte sehr unangenehm für Sie werden. Wer sind Sie? Polizei? Nein. Eine schöne Assistentin. Wir suchen Commander Gattermann. Sein Name steht auf der Innenseite des Rings. Er ist Seemann wie Sie. Und verschollen. Tja, also... Wir glauben, dass Sie eine Flaschenpost gefunden haben. Und da war dieser Ring drin. Und wahrscheinlich Papiere. Auf die haben wir es abgesehen. Also? Tja, wenn das so ist, dann... Also ja, ich habe die Flaschenpost gefunden. Kommen Sie mit, ich gebe Ihnen die Papiere. Sie liegen im Kutter. Da stehen aber nur Zahlen drauf. Die genügen uns vollkommen. Das ist ein Fischer mit einem eigenen Kutter. Der nicht erkennen will, dass die Zahlen da irgendwie eine Positionsangabe sein können. Der wirklich, ja, schon ein bisschen blöd ist. Aber weißt du denn, dass es eine Positionsangabe ist? Es kommt gleich. Es ist das Sudoku-Rätsel des Käpt'n. Das könnte sein. Professor Futura, den Sie telefonisch von Ihrem Fund verständigt haben, trifft wenig später im Büro des ranghöchsten Offiziers von Westland ein. Professor Futura, gut, dass Sie kommen. Jan und Laura haben den anderen Teil der Flaschenpost. Und? Können Sie etwas damit anfangen? Sehr viel sogar. Wenn Kommandant Gartermann diese Nachricht hier wirklich geschrieben hat, dann befindet er sich auf einer Insel. Dann sind die Zahlen eine verschlüsselte Positionsbestimmung. Richtig. Gartermann bezeichnet diese Insel hier. Sie liegt etwa 80 Kilometer vor der Küste. Wieso gibt er die Position verschlüsselt an? Das ist für uns ein weiterer, klarer Hinweis darauf, dass die Nachricht wirklich von ihm kommt. Eine Insel? Seltsam. Was ist das für eine Insel? Gehört sie zum Territorium von Westland? Eindeutig. Und doch nimmt sie eine Ausnahmestellung ein. Das müssen Sie uns erklären, General. Gerne, Laura. Die Insel gehört dem General Spirit, einem General außer Diensten, einem früher außerordentlich tüchtigen Militärstrategen. General Spirit? Spirit? Ist das nicht der Mann, der von der mittlerweile abgelösten Regierung einen Forschungsauftrag bekommen hat? Nein, das ist richtig. Dafür hat man ihm die Insel zur Verfügung gestellt und ihm vertraglich zugesichert, dass er dort nach eigenem Belieben schalten und walten kann. General Spirit ist dann vorzeitig pensioniert worden, weil sich bei ihm Anzeichen einer geistigen Krise zeigt. Die drücken das sehr vorsichtig aus. Also ganz nur, dass sie quasi dem Typen, der offensichtlich gerade verrückt wird, geben sie halt einfach eine Insel und sagen, mach mal, was du willst. Also es sei eine Militärdiktatur, weil ansonsten hätte ja das Militär gar nicht die Befugnisse, jemandem derartige Freiheiten zu gewähren, oder? Vielleicht denkst du da ein bisschen weit. Ja, aber darf das Militär, dürfte sowas doch nicht, oder? Bei uns jetzt. Ja, weil die Regierung hat ja, die nicht mehr amtierende Regierung hat ihm ja die Insel gegeben. War das die Regierung? Ich dachte... Nee, nee, das war die Regierung. Ja, aber du gibst doch keinem Militär, Hansel, eine Insel. Nee, vielleicht, wenn du ihn loswerden willst, weil er eben gerade mit Schugel geworden ist. Soll er doch auf seiner Insel machen, was er will. Ja, gibst ihm Betonschuhe, aber doch keine Insel. Ja, vielleicht waren die sich darüber im Klaren, dass der Typ gefährlich ist, oder so. Aber da gibst du ihm doch keine Insel. Na gut, okay. Ja, du kannst ihm ja eine Insel geben, was er... Offensichtlich nicht die Einzige. Naja, ich find's auch blöd, dass sie ihm eine Insel geben, wo er halt irgendwie seine eigene Regierung quasi gründen kann. Aber gut, sie werden sich gedacht haben, lieber da als bei uns auf dem Festland. Aber Metal Gear Solid Universum hat das erst richtig den Kohl fett gemacht und Stress provoziert, als der eine Outer Heaven gegründet hat, seine eigene Insel. Big Boss. Nur mal so, also... Und hier kriegt das umso... Im Jantenne-Universum kriegt jeder, was er will. Aber ist doch lustig, oder? Das ist dann halt so... Wirklich dann so Jan Tenner, James Bond, Dr. No. Jetzt geht's gerade in Dr. Ja. Das hat auch genau diese... Geht genau in die Richtung. Aber hier fängt es an, schon mal vor Shadowing, dass das verknüpft wird mit späteren Episoden. Just saying. Herr Professor, sagen wir es ruhig deutlich. Er wurde seines Postens enthoben, weil er geisteskrank wurde. Aber die Insel durfte er behalten? Die ist sein privates Eigentum. Er hat sie von der Regierung gekauft und der Vertrag, den er mit Westland geschlossen hat, ist nach wie vor gültig, weil versäumt wurde, ihn zu kündigen. Okay, alles erklärt. Entschuldigung. Heißt das also, dass er sich in der Gewalt, dieses verrückte Worte... Ist ja auch nicht mal der Macht. Kein Wunder, warum sie abgelöst wurde. Fragen wir uns doch nichts vor, General. Die Flaschenpost ist ein Notruf. Wäre sie das nicht, hätte sich der Kommandant ja in aller Offenheit an uns wenden können. Oder gibt es keine Telefonverbindung zwischen der Insel und dem Festland? Natürlich gibt es die. Doch was nützt uns die? Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen zur Insel fliegen und uns dort umsehen. Nein. Wir müssen mit einem Motorboot fahren. Zu den ihm vertraglich zugesicherten Rechten gehört, dass General Spirit entscheiden darf, wer auf der Insel landen darf oder nicht. Und Sie befürchten, dass er uns die Landeerlaubnis verweigert? Allerdings. Aber nur für Flugobjekte. Ja. Wer über den Wasserweg kommt, da kann jeder. Nur fliegen... Nicht so gern. Nicht so gerne. Dann bitte nur nach Absprache. Ja, aber was passiert, wenn trotzdem jemand drüber fliegt? Raketen. Darf er halt nicht. Ja, hat deswegen auch noch nie einer gemacht. In all den Jahren. Aber der hat natürlich militärische... Insel die 80 Kilometer entfernt ist. Der hat sicher noch alte, ausgediente Raketensprengköpfe, die er von der alten Regierung geliehen bekommen hat. Gleasing. Gleast. Irgendwann haben sie ihm einfach gesteckt. Sie haben es vergessen zu kündigen. Auch die Erklärung ist schon super, oder? Wenn ich in offizieller Mission mit einem Motorboot komme, einen Regierungsvertreter kann er nicht so ohne weiteres abweisen. Sehen Sie hier einige Satellitenfotos der Insel. Ja, danke. Spirit hat einen Hafen angelegt. Es gibt keinen Landeplatz für Flugzeuge. Aber Hubschrauber könnten landen. Spirit scheint zahlreiche unterirdische Anlagen errichtet zu haben. Ja, das ist es, was uns zusätzlich beunruhigt. Von einem Atomhubot ist jedoch nichts zu sehen. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Wenn da irgendetwas faul ist, dann wird Spirit kaum so dumm sein, uns in aller Offenheit zu zeigen, was da nicht stimmt. Lassen Sie uns nicht länger warten, General. Wir sollten aufbrechen. Für Kommandant Gertermann könnte jede Minute wichtig sein. Gut, begleiten Sie mich. Mein Adjutant wird uns anmelden. Spirit Island bietet einen idyllischen Anblick. Die Insel ist von dichtem Wald bedeckt und weiße Strände umsäumen sie. Sie scheint ein Ferienparadies zu sein und nichts deutet darauf hin, dass sie etwas anderes sein könnte. Außer dem Tyrannosaurus Rex. Legen Sie an der Treppe an! An der Treppe, Sir! Jan! Das wäre geil, wenn Sie da, Dinos hätten jetzt. Das ist General Adi Spirit. Er kommt zur Treppe, um uns zu begrüßen. Ich hatte ihn mir viel größer vorgestellt. Ich dachte, er ist weißhaarig. Aber hat er tiefschwarzes Haar. Wie alt ist er eigentlich? 55. Und warum lässt er sich von sieben schwer bewaffneten Männern begleiten? Das frage ich mich auch. Weil er es kann. Machen Sie fest, Sergeant! Festmachen, Sir! General Spirit scheint sich nicht über unseren Besuch zu freuen. Er sieht ausgesprochen grimmig aus. Guten Morgen, Spirit! Morgen! Kommen Sie an Land vorwärts! Und fassen Sie sich kurz! Meine Zeit ist knapp bemessen! Danke! Kommen Sie! Wir steigen aus! Was führt Sie zu mir? Wir sind auf der Suche nach einem U-Boot, das hier in der Nähe verschwunden ist. Wir suchen ein U-Boot? Auf einer Insel? Ein so modernes und gut ausgerüstetes Waffensystem wie ein Atom-U-Boot verschwindet nicht so mir nichts, dir nichts. Mag sein, aber ich weiß nichts von einem U-Boot, das in der Nähe der Insel operiert hat. Herr Müller-Lüdenschein! Das wäre es dann wohl! Keineswegs! Da ich nun mal hier bin, werden Sie wohl nichts dagegen einzuwenden haben, dass ich mir die Insel ein wenig ansehe. Ob ich etwas dagegen habe, dass Sie hier herumschnüffeln? Vorbett, was fällt Ihnen ein? Sie sind also einverstanden! Ich denke gar nicht daran, junger Mann! Dies ist eine breitwarte Insel, auf der ich tun und lassen kann, was ich will! Zum Beispiel können Sie sich von Scharfschützen bewachen lassen. Vor wem fürchten Sie sich eigentlich, General Spirit? Vorbett? Haben Sie noch Fragen? Ich kenne Ihre Rechte sehr gut, Spirit. Und ebenso unsere Rechte. Danach können wir uns auf der Insel umsehen, wenn wir das wollen. Das können Sie, nachdem Sie sich vier Wochen vorher schriftlich angemeldet haben. Sie verlangen, dass wir derartige Formalitäten einhalten? Sie haben mich richtig verstanden. Unsere Satellitenfotos haben uns gezeigt, dass hier auf der Insel einiges geschieht, was nicht ganz den vertraglichen Abmachungen entspricht. Was für ein Narr Sie doch sind, Vorbett! Westland sieht sich einer ungeheuren Gefahr gegenüber, die von den Sternen droht. Und Sie haben nichts anderes im Sinn, als auf meiner Insel herum zu spionieren. Von was für einer Gefahr sprechen Sie? Ich habe nichts anderes erwartet. Sie sind ahnungslos, während uns außerirdische Mächte immer näher rücken. In wenigen Tagen vielleicht schon, wird sich die Erde in den Händen dieser Fremden befinden. Und Sie haben dann vermutlich immer noch nichts gemerkt. General Spirit, wie... Wenn das passiert, dann kann ihm natürlich nichts passieren, weil wir sind... Er ist 80 Kilometer vom Festland entfernt. Ich hätte seit dann am Arsch. Ich bin 80 Kilometer auf meiner Insel... Mit seinen Schafschützen. Mit meinen fünf Schafschützen. Sieben. Ja? Sieben. Sieben. Warte, niemand lässt sich doch von sieben Schafschützen bewachen, die neben einem herlaufen. Das ist doch alles total bescheuert. Das macht auch keinen Sinn. Also es sind eigentlich keine Schafschützen. Also sie hat sich... Laura hat sich da ein bisschen verguckt. Schafschützen klang wahrscheinlich damals noch ein bisschen... Ich wollte gerade sagen... Das sind einfach Leute, die Schafschießen. Aber stell dir mal sieben Sniper vor, die einfach einen Meter neben ihrer zu bewachenden... Stell ich mir lustig vor. Hey! Und dann, ja, egal. Ich mach mal wieder an, oder wenn noch eine... Nein, mach ruhig. Okay. Gell, es ist gar nicht so schlecht. Du könntest jetzt auch arbeiten in der Zeit. Kommen Sie darauf, dass eine solche Bedrohung besteht? Welche Beweise haben Sie? Alle, die ich benötige. Sagen Sie uns, welche Sie haben. Ich denke gar nicht daran. Ich weiß mich zu schützen. Vor jedem. Spirit, Sie! Wer weiß? Vielleicht sind Sie schon die Sklaven der Sternenmacht. Versuchen Sie, mich auf solche hinterhellige Weise zu täuschen. Ach, reden Sie doch keinen Unsinn. Verlassen Sie die Insel. Sofort! Spirit, seien Sie doch vernünftig. Gehen Sie! Sofort! Wenn Sie sich weigern, lasse ich auf Sie schießen. Männer, haltet die Waffen bereit. Gut so. Haben Sie den Verstand verloren? Verschwinden Sie! Ich kenne meine Rechte. Und halten Sie sich nicht mit dem Motorboot in der Nähe der Insel auf. Meine Waffensysteme vernichten jeden Gegner, der sich mir über oder unter Wasser nähert. Gut. Professor, Laura, Jan, kommen Sie. Wir fahren ab. Ins Boot. Sergeant, halten Sie sich bereit. Bin bereit, Herr. Fahren Sie los. Offensichtlich war unser Hinweis doch falsch. General Vorwitz führt Professor Futura, Jan Tenner und Laura in das Clubhaus des Marinehafens, um hier ungestört mit Ihnen reden zu können. Mir ist das unbegreiflich. Wie kann Spirit sich uns gegenüber so verhalten? Er muss doch damit rechnen, dass Sie darauf reagieren. Das ist ihm offensichtlich gleichgültig. Sie sehen, dass er nicht normal ist. Natürlich ist er verrückt. Aber wieso spricht er von Außerirdischen, die uns bedrohen? Wenn er wirklich etwas davon weiß, müssten wir es längst wissen. Was werden Sie tun, General? Mir bleibt nur eine Möglichkeit. Wir zeigen die Zähne und greifen mit vereinten Kräften an. Hubschrauber werden auf der Insel landen und von See her schlagen wir mit Schnellbooten zu. Halten Sie das für richtig? Bevor Spirit weiß, wie ihm geschieht, haben wir seine Privatarmee ausgeschaltet. Wäre das klug, wenn Spirit die Wahrheit gesagt hat, dann hat er nicht nur einige Männer als Leibwache, sondern auch Waffensysteme. Das ist richtig, aber die werden wir mühelos überwinden. Ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass Spirit etwas über das verschwundene U-Boot weiß. Während Sie mit ihm gesprochen haben, habe ich mir den Hafen etwas genauer angesehen. Ach, und was ist Ihnen aufgefallen, Jan? An einer Seite des Hafens steigen die Felsen steil an. Dicht über dem Wasserspiegel ist die obere Kante eines Höhleneingangs zu erkennen. Ja, und? Dabei kann es sich um eine Grotte handeln, die nicht besonders tief ist, aber auch um einen langen Tunnel, der weit unter die Insel führt. Ich verstehe immer noch nicht. Das Wasser ist so klar, dass ich die Öffnung des Fels gut sehen konnte. Sie ist groß genug, dass ein U-Boot hineinfahren könnte. Das wäre allerdings eine Idee. Sie meinen, das U-Boot befindet sich in einer Höhle? Ich glaube, das ist nur so ein Fake. Das meine ich ja. Ich mache die ganze Zeit nur ein Lalalalalala. Professor, wo soll mir das neue See rumspürzen, sodass ich unter Wasser Sauerstoff aufnehmen kann? Eine hervorragende Idee, Jan. Wir könnten uns der Insel unter Wasser nähern. Wie? Wenn wir keine Tauchgeräte, also kein Metall bei uns haben, kann General Spirit uns nicht orten. Sehr gut, Laura. Ihr könntet die Insel unbemerkt erreichen und euch dort umsehen. Professor, ich werde allein zur Insel. Ohne Laura. Nein, ich muss dabei sein. Es ist möglich, dass du eine medizinische Betreuung brauchst. Und dann muss ich da sein. Das ist richtig, Jan. Das Serum ist noch zu neu. Und da ich sie nicht begleiten kann, muss Laura dabei sein. Natürlich. Was halten Sie von dem Vorschlag? Ohne Metall. Ich bin einverstanden. Er hätte doch auch mitgehen können nackt. Sie dürfen jedoch keinerlei Waffen mitnehmen, weil sie sonst geortet werden. Nicht einmal ein Messer. Na und? Notfalls besorgen wir uns auf der Insel, was wir benötigen. Dort laufen ja genügend bewaffnete Wächteren. Das mache ich nicht, Jan. Herr Tennesk? Was meinten Sie dann, General? In der Nähe der Insel gibt es ungewöhnlich viele Haie. Spirit lässt regelmäßig blutiges Fleisch ins Wasser kippen, um sie zu füttern. Das wäre ein Plan, die ich mir früher ausgedacht hätte, um meinen Lego-Bösewicht auf meiner Insel zu platzieren. Das ist genau so. Wer sollte dir dann gegen die Haie helfen? Also, Sie haben eigentlich keinen Plan jetzt gegen die Haie, oder? Sie versuchen es einfach. Laura ist dabei. Das ist der Cliffhanger. Jan Tenner und Laura lassen sich mit dem Motorboot in die Nähe der Insel fahren. Er sagt immer Jan. Dann injiziert Professor Futura den beiden das Serum und sie lassen sich kurz danach über Bord fallen. Während das Motorboot in weitem Bogen zum Festland zurückfährt, tauchen die beiden der Insel entgegen. Sie sind nur mit leichten Badeanzügen bekleidet, die ausreichend Wasser durchlassen. So kann ihre Haut genügend Sauerstoff aufnehmen. Während der ganzen Zeit haben Laura und Jan das Gefühl, dass die mächtigen Körper der Haifische jeden Moment drohend neben ihnen auftauchen könnten. Das ist aber eigentlich schon beängstigend. Oder so irgendwo hinschwimmen, wo du weißt, da sind Haie. Ist das schon die Hälfte? Was? Die Hälfte. Zeit verfliegt wie im Flug. Ach, das war doch schon ganz nett. Guck mal, was wir alles jetzt erfahren haben für spannende Geschichten. Und es geht noch weiter. Es wird noch viel besser. Und es geht noch weiter. Aber da sind die Hälfte.